So, ich glaube den Stein nehme ich mit, behalte ich den? Ach nein, notfalls können wir den ja wieder rausholen. Sehr gut. Ja, unser Wasser dauert das ja so ewig. Machen wir es ein bisschen schneller. Darunter ist auch noch mal Lava. Zum Großteil. Da hauen welche ab, Leute. Oh, jetzt habe ich aus Versehen das Recht abgebaut. Okay, dann holen wir uns jetzt erstmal das ganze Obsidian, das wir jetzt abgebaut haben. Und von hier aus können wir den Rest abbauen. So, und bevor es jetzt weiter geht, gehen wir nochmal einmal rundherum. Sehr schön. So, jetzt haben wir leider keinen so guten Punkt mehr. Von hier oben vielleicht noch. Ja, von hier oben geht es teilweise noch. Ja, den hinten erwische ich leider nicht mehr. Aber das ist auch schön, dann haben wir wieder ein bisschen Obsidian gesammelt, Leute. Und Lava haben wir auch gesammelt. Lava, Obsidian. Das ist schön. So, und den Rest müssen wir jetzt unter Wasser machen. Auch wenn es länger dauert. Ich wüsste einen kleinen Trick. Nein, der war falsch. So, von hier aus müsste es gehen. Aber den hier möchte ich wieder weg machen. Ja, der war gesund. Ja, danke. Super. Jetzt ist hier sogar das Wasser weg. Okay, machen wir wieder den Rand. Sehr schön. So, von hier geht es, glaube ich, schneller. Ja. Wie viel Labor da wohl noch kommt? Okay. 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 So. So. Darunter war leider ein bisschen Stein. Nein. So. War hier noch etwas? Nein. Dann. Wieder den Rand machen. Okay. 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 So, dann kurz wieder wegen Steinen nachsehen. Ich glaube, ich habe welche weggespült. Nein? Okay. So. Weg mit dem Obsidian. Ach Mist, jetzt habe ich den Block gewechselt. Es wird eh schon immer kleiner, Leute. Das gefällt mir auch. Das heißt, es wird nämlich immer schneller pro Schicht. So. So, sammeln wir mal eben alles ein. Super. Wir haben schon einen Stapel, Leute. So, dann wieder außenrum. Da wird es wieder weniger. Hier ist noch Lava. So. 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 müsste ich ja alles haben. Sehr gut. Machen wir hier auch mal ein paar Fackeln hin. Jetzt, da wir können. Da ist noch etwas. So, die Erde holen wir uns gleich. Oh, da war noch Stein. Ah, nein. Jetzt machen wir erstmal hier das Obsidian weg. Die können wir uns später holen. Mist, ich glaube, ich habe schon wieder gerade den Block gewechselt. Oh, Bad Rock. Ja, damit sind wir jetzt dann fast ganz unten angekommen. Die Lava sollte definitiv immer weniger werden. Ich habe mich schon gefragt, wann der Bad Rock kommt. Oh Mist. Jetzt bin ich knapp vor Schluss. Habe ich den Block gewechselt. So. Da schwimmt doch ein Obsidian-Block. Sehr schön. Da haben wir Erde. Erstmal um die Lava rum, Leute. Um den Bad Rock gehen wir später rum. So. Allerdings komme ich jetzt dann nicht mehr zu der Erde hin. Ich hätte das sowieso wegmachen müssen. So, wir machen jetzt mal kurz die Erde. Da haben wir ein bisschen Redstone. Wieder Diamanten, Leute. Und nochmal Bad Rock. Erstmal die Diamanten. Okay, immer ein Drei. Sehr schön. Da haben wir noch Eisen. Super. So, ich brauche wieder Fackeln. Gut. Dann würde ich jetzt hier anfangen mit dem Bad Rock, Leute. Nochmal Diamanten. So, das war es hier schon. Oh, da haben wir Kohle. Holen wir uns erst die Kohle. Super. Okay. 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 Ich höre Lava, da habe ich jetzt eigentlich keine Lust. Ich hoffe, der Bad Rock hört jetzt dann gleich auf. Ja, oder geht immer weiter. Hoffentlich ist die Lava über uns. Und wir finden sie deswegen nicht, weil sie zu weit über uns ist. Ah, hat mir da nicht sogar das Eisen gefunden? Tatsache, dann hat das noch da dazu gehört. Ah, zum Glück. Hat aufgehört. So, dann. Ja. So, jetzt ist es doch irgendwie alles zusammengekommen. So, machen wir mal die Diamanten. Okay. 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 So, ich glaube, dann haben wir hier alles. So. Ist über uns auch noch mal Wasser? Das ist aber nicht doch. Ah, doch, das ist das Wasser. So, aber das war... Ah, war es noch nicht. Wir haben hier wieder etwas Neues freigelegt. Sehr schön, jetzt war es das. Und jetzt machen wir dann immer noch nichts. Also, wir sehen wir es noch. 업en